Hallo, mein Name ist Ralf und heute werde ich euch was über die IT-Substrate erklären. Das Substrat ist eine Übersetzung zwischen dem silbernen Chip und zwischen der Leiterplatte. Das kann man sich vorstellen wie ein Eingangsbereich von einer Fabrik, wo ganz viele Leute kommen. Und die Leute, die kommen, das sind Superwuppies. Die werden hier empfangen und auf den richtigen Weg geschickt. Superwuppies sind elektronische Signale. Sie sind immer da, blitzschnell und essen Strom. Aber wo findet man eigentlich diese EC-Substrate? Zum Beispiel in einem Computer, in einem Smartphone oder in einem Server? Das Grüne ist die Leiterplatte. Hier ist das Substrat, das Weiße hier. Und obendrauf sind die zwei Chips. Wenn ihr mehr über IT-Substrate und AT&S wissen wollt, dann lasst ein Like und ein Abo da und drückt auf die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst.